Hallo und herzlich willkommen zum Biervergleich mit dem ungeduldigen Frank und dem absolut geduldigen David. Richtig. In der dieswöchigen Folge geht es um eine Überraschung für Frank. Für mich. Genau. Der hat nämlich keine Ahnung, was wir diese Woche machen. Ich habe da per Zufall aufgrund von einem Kommentar, wurde mir eine Brauerei empfohlen oder uns und habe da mal auf der Homepage geguckt. Ich gucke dann immer mal so ein bisschen gerade bei Marken, die wir jetzt nicht so unbedingt kennen, also kleinere Marken. Und da habe ich was entdeckt und dann dachte ich, das ist was für Frank. Lasst euch überraschen. Genau. Ja, dann bin ich jetzt mal überrascht. Genau. Ich darf aufmachen? Du, pack doch mal aus. Hast du mal ein Messer? Ja. Ach, zufällig. Ja, zufällig ein Messer. Ja, zufällig ein Messer dabei. Ich habe da mal was vorbereitet. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, genau. Das Messer ist ja ganz scharf. Okay, das ist mein Messer. Wie Butter. Ja, also, fahr los, du los. Da riecht ja schon was. Ja, das könnten wir gleich gebrauchen. Ach, guck mal, der schreibt das genauso wie ich immer. Das ist ja ein Zufall. Irgendwas mit Malt. Single Malt. Whisky Malt Ale. Ein Whisky Malt Ale. Ja. Man muss dazu sagen, für die, die relativ neuerweise noch nicht alle Folgen geguckt haben, Frank ist nämlich eigentlich spezialisierter im Bereich Whisky. Nein. War auch schon in Schottland. Warst du schon mal in der Distillerie auch? In Irland, in Irland. In Irland, in der Distillerie. In Irland, okay. Und, ähm. Ich habe auch hier ein Whisky-Tasting in Köln gemacht. Und, ja, sagen wir es mal so, ich trinke gerne mal gepflegt, ein Whisky, weil Whisky ist nicht so zu trinken wie wir, aber das ist ja mal genial. Ja, also das hatte ich gesehen und da musste ich direkt an dich denken und da dachte ich, komm, jetzt schießen wir einfach mal dazwischen und ich bestelle das jetzt einfach mal zwei Flaschen davon. So, das sind noch unsere Notizen. Ja. Wie zufällig dabei waren wir aufhängen hier. Zack, zack. Jetzt muss ich mal meinen Brülschen anziehen, ne? Und so, ich mal gucke. Obergäriges Starkbier mit Whisky-Malz. Gebraut nach dem deutschen Reinhalsgebot von 1516. Nicht filtriert, nicht stabilisiert. Mhm. Brauerei, Neunspringe, Worbis GmbH. Wo ist das denn? Das ist in Leinefelde Worbis. Das ist in Thüringen. Ziemlich an der Landesgrenze zu Niedersachsen. Niedersachsen, der nächste größere Ort, den man kennen könnte, ist Göttingen, was dann in Niedersachsen ist. Es ist, also so schreiben sie selber, die haben ja so ein, auf der Seite haben die ein ganz geiles Chart. Ein Starkbier, bei dem sich die intensiven Aromen von Torf, Rauch und Whisky mit dem vollmundigen Geschmack von süßem Malz verbringen. Das ist mit getorftem Malz, also mit Whisky-Malz wird das eingebraut. Ich bin selber mal gespannt, ich habe sowas auch noch nie getrunken. Leute. Bei der Recherche habe ich dann gesehen, es gibt mehrere Marken, die sowas machen tatsächlich. Schauen wir einfach mal, wie das ist. 7,9 Umdrehungen hat das. Holler die Waldchen. Gut, da hatte ich eben noch eine Pizza gegessen. Jo, ich habe auch zu Abend gegessen. Hier in Köln sagt man Himmel und Ät. Himmel und Ät, ja. Okay, das ist Kartoffeln mit Apfelmus, ne? Ja, so eine Art Kartoffelpüree mit Äpfel drinne. Mhm. Und dann eine Flöns. Ah, echt? Ja. Also Blutwurst. Ja. Also, ja, schon eine Blutwurst. Ah, schön. Dann ist dieses Himmel und Ät. Ja, bei den Temperaturen draußen, wir hatten heute Morgen 5 Grad im Mai, kann man auch mal so ein, was ja eigentlich fast eher wie ein Winteressen ist, ne? Ja. Kann man das mal essen. Ja, das ist eigentlich eine Brauerei. Eine Brauerei. Ja, genau. Das kriegt man hier in den Brauhäusern, bekommt man das auch, das ist richtig, genau. Ich mach mal, während du dann weiter öffnest und eingießt. Ja, ein bisschen zur Geschichte. Genau, ich hab ja ein bisschen vorgearbeitet auch, passenderweise. Ja, weil ich wusste ja nicht, also, sorry Leute, ich wusste es wirklich nicht. Also, ich bin jetzt echt mal gespannt und deswegen konnte ich mich auch nicht vorbereiten. Der David, ich hab jetzt bald was Falsches gesagt, aber der David hat dann einfach nur gesagt, ich hab ne Überraschung, ich hab ne Überraschung. Wisst ihr, wie das heißt, wenn man, oi, es kommt. Also, der Schaum ist schon mal gut. Ja, wie gesagt, also, wo der Ort ist, haben wir ja schon geklärt. Ähm, 1162 hat im Übrigen der Ort seine erste Erwähnung gehabt, damals noch unter dem Namen Wurbeke. Äh, und spätestens seit dem 16. Jahrhundert gibt es ein städtisches Brauhaus in dem Ort. Äh, man kann das nicht mehr genau datieren, es ist halt von daher eine Zirka-Angabe. Äh, was man aber weiß, dass am 11. September 1867, ähm, Karl, die Dampfbrauerei Karl Kunze, äh, dort dann, äh, geöffnet wurde. Oder in den Betrieb aufgenommen hat, äh, man hat es dann nachher umbenannt, ähm, in, wie hieß es, in neun, neun Springer. Man weiß nicht ganz genau, woher es kommt. Man vermutet, dass dort, äh, neun verschiedene Quellen sind, wo jeweils kleine Bäche, äh, entspringen. Ähm, es könnte aber auch sein, dass es von der neuen Quelle kommt. Äh, ähm, in den 30er Jahren hat man dann, ziemlich spät eigentlich, den ersten LKW gekauft. Äh, bis dahin hat man immer noch alles mit Pferdefuhrwerken ausgeliefert. Ähm, was ich ganz interessant fand, äh, man hat einen Eiskeller gehabt, äh, der temperament dieselbe Temperatur hat. Ähm, nun musste man ja irgendwo immer Eis herbekommen, ähm, was dann auch vor 1900 noch, äh, teilweise ein bisschen schwierig war. Äh, Kältemaschinen gab's zwar da schon, aber sie waren sehr teuer. Ja, und von daher hat man im Winter das Eis von einem nahegelegenen Forellenteich genommen oder von Freibad. Das fand ich auch geil. Damit wurde sowas noch nicht geklort, da konnte man das noch machen. Ähm, und, äh, da es ja in Thüringen liegt, ist es dann leider am 1.12.1953 zum volkseigenen Betrieb geworden. Wie so viel ist. Ähm, Anfang der 90er Jahre hat man sich schon komplett neu aufgestellt. Und, äh, am 1.1.2007 hat's die, äh, aktuelle Eigentümerfamilie Ebrecht, äh, nach dem Tod des Urenkels von Karl Kunze dann übernommen, um den Betrieb dann fortzuführen. Äh, die sind sehr innovativ, die haben halt dieses Malt L, die haben auch ein Malt Stout noch im Übrigen. Die haben ein Papstbier, weil der Papst in der Ecke war, das heißt, glaube ich, Benediktus. Die haben sich die, äh, Namensrechte am, äh, Lutherbier haben die sich gesichert. Ähm, ja. Und dann, warum ein Whiskybier oder mit Whiskymalz ist auch noch, äh, kurz gesagt. Und zwar 1947 kam schon die erste Idee, mal Whisky herzustellen. Wir hatten ja schon mal in einer anderen Folge gesagt, oder zwei, ähm, dass bis zu einem gewissen Punkt die Produktion von Whisky und Bier fast die gleiche ist. Ähm, von daher war es naheliegend, dann sowas mal auszuprobieren. Und im Jahre 2012 hat man dann wirklich den Schritt gewagt und produziert seit jetzt sieben Jahren dann auch Whisky. Jo. Und nicht nur Bier. Aktuell hat man 39 Mitarbeiter. Von daher, äh, es ist eine sehr, sehr kleine Brauerei. Und, äh, ja, dann gucken wir jetzt mal, was wir da so im Fokus haben. Allein in der Farbe schon, das sieht man, glaube ich, auch so. Schon mehr Bernstein? Genau. Geht in die Bernsteinrechte, würde ich auch sagen. Ja, Schaum ist jetzt nicht so stabil. Ach. Ich bin sowas von gespannt. Ja, also. Also der Schaum ist absolut nicht stabil. Genau. Zum Vergleich nochmal, ein Heineken ist ja eher Hopfen betont mit leichten Malznoten, ne, Pilz typisch halt. Das Ale, wie wir immer, äh, wie wir schon mal in der Ale-Folge hatten, wie, was ist IPA und so, ist ja obergärig, ne. Und von daher tatsächlich wie ein Kölsch gebraut. Boah, der hat ein eigener Geruch. So, und dann kommt dein Part an der Folge, weil ich hab von Whisky gar keine Ahnung. Also den Whisky riecht man raus, auf jeden Fall. Das ist dieser leicht scharfe Geruch. Okay. Das riecht auch so ein bisschen erdig, finde ich. Kann das sein? So wie nasse Erde so ein bisschen? Das mag an den Tor fliegen. Aber wenn man so richtig einatmet, ähm, riecht man so eine leichte, aber ist jetzt, darf man nicht mit Schaf vergleichen wie mit Paprika oder sowas, sondern das ist so eine leichte, scharfe Note in Form von, ja, ich kann dir das mal zeigen. Moment. Ups, ich geh mal aus dem Bildschirm. So. Jetzt riechen wir hier dran. Ja, tatsächlich. Okay, also da ist klar, der Alkoholgehalt beim Whisky gehört dementsprechend auch schärfer im Geruch, ne. Ja. Ja, aber die Aromen sind sehr ähnlich, das stimmt, ja. Also von daher, man riecht es raus, dass da Whisky drin ist, auf jeden Fall. Ja. Es wäre interessant zu wissen. Ich glaube, es ist fast noch ein bisschen warm, weil die sagen, bei 12 Grad sollte man es trinken, aber ein bisschen kalt ist es fast noch. Steht leider nicht dabei, welcher Whisky. Nee, da ist kein Whisky drin, ne, sonst wäre es ja nicht nach deutschem Rheinland. Whisky Mold, eben. Nee, also das ist ja so eine Art... Da ist Whisky Malz mit drin. Whisky Malz drin, ne, aber man riecht dieses typische Whisky, weißt du, dieses, was man, was du gerade gerochen hattest, dieses typische, dieser typische Whisky Schärfe, sag ich jetzt mal. Ja, das ist genauso wie bei diesem echt schlenkerler Rauchbier, da hat das Malz ja, oder das schmeckt so nach Rauch, weil das Malz über Rauch getrocknet wird, ne, und bei dem Torfmalz, oder Whisky Malz, da wird das Malz über einem Torfffeuer getrocknet. Ja, aber dann müsste es doch noch viel torffiger riechen. Es ist ja auch nur mit drin, ne, es ist jetzt nicht ausschließlich. Aber man riecht, ich meine, die Schärfe von diesem Whisky. Ja. Na ja, ich bin mal gespannt. Ich will das jetzt. Vielleicht bilde ich mir auch was ein. Für mich würde so torff schmecken. Sagst du, wenn du mal... Ja, aber das ist rauchig. Ja, genau. Mehr rauchig. Leicht rauchig. Mehr rauchig. Also wie ich in Beddingburg, oder bei anderen sagen, Edinburgh, da dieses Whisky Tasting machte, hatte ich so drei. Gläser vor mir. Du durfst den Deckel aufmachen und dran riechen, weil da Wattebausche drin waren. Okay. Das eine war sehr mild, das andere war etwas kräftiger und das nächste war rauchig. Mhm. Genau das. Ah, okay. Genau das. Und der Whisky Trinker sagt man ja eigentlich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wer bei dem Rauchigen angekommen ist, der hat es geschafft. Okay. Ja, haben wir es jetzt auch geschafft, wenn wir über rauchigem Bier sind? Hat eine ganz, ganz eigene Note. Also, der Geruch nach der Schärfe des Whiskys, wie du selber brauchen hast, ist da, aber der Geschmack fehlt nur ein wenig. Das ist wirklich so, dass man sagen kann, klar, so könnte ich mir in der Richtung einen, 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 einen wirklich schönen, rauchigen Whisky vorstellen. Mhm. Aber dieses Whisky fehlt so ein bisschen. Ja. Okay. Aber es ist ein ganz, ganz eigener und nicht schlechter Geschmack. Ich wäre jetzt nicht mein Standardgetränk, muss ich ehrlich sagen. Nee, meinst du auch nicht, um Gott zu hören. Weil dafür ist es wieder zu, zu herbe. Ja. Ich bin ja nicht so der herbe Typ, ich bin ja mehr der feine Typ, nein. Aber ist wirklich so, also, also. Aber das machen wir was anderes. Ich finde es total geil, dass sowas überhaupt gemacht wird. Und vor allen Dingen auch wieder, das ist ja auch nach deutschem Reinheitsgebot. Da sieht man halt, nochmal, wie hat bei dem anderen Bier auch schon, was man mit diesen paar Zutaten alles machen kann. Ja. Ohne, dass man direkt Reis, Mais oder weiß der Geier, was da reinschmeißt. Man muss sich ja mal vorstellen, wie viel Hefestämme gibt es. Ich glaube, über 200 Hefestämme gibt es ja auch. Ja, viele Brauereien, allen voran ja, wie Heineken oder die Kölschbrauer, die haben auch ihre eigene, oder Mäler, oder was auch so. Und deswegen, es ist ein absolut interessantes Bier, muss ich wirklich sagen. Muss man mal probiert haben, um einfach mal, ja. Den Horizont zu erweitern. Ja, ich habe letztens eine Serie gesehen, oder eine Folge gesehen, wo drei Frauen eine Brauerei führen. Finde ich total genial. Die eine Frau meinte nur, ja, Frauen sind experimentierfreudiger, was es mir angeht. Der Mann geht in eine Kneipe und süff, singt Güppers, Reisdorf, ich weiß nicht, Pils und so weiter, sein Alt oder sonst was. Die Frau sagt, oh, da ist was Neues, muss ich mal ausprobieren. Wie schmeckt das denn? Mag vielleicht auf den einen oder anderen zutreffen, aber nicht generell. Aber ich glaube, so experimentierfreudig zu sein, ist schon mal ein Vorteil, weil man erweitert wirklich seinen Geschmackshorizont. Absolut. Also ich, es ist so irreführend. Ich rieche Whisky. Also es soll für die, die es jetzt nicht unbedingt bestellen wollen. Ich schmecke auch. Ich habe es im Übrigen bei Amazon, bekommt man es auch. Man bekommt auf der Brauerei Homepage, die haben so einen Ordersatz, da kann man komplette Kisten dann bestellen. Preise sind auch mehr als in Ordnung, alles gut. Wer das jetzt nicht unbedingt bestellen will, sondern vielleicht mal beim gut sortierten Getränkehändler um die Ecke. Es soll sowas auch von Störtebäcker geben, da heißt es dann Scottish Ale oder Scotch Ale oder irgendwie sowas. Hatte ich dann bei der Recherche herausgefunden, was wohl auch nicht schlecht sein soll, können wir ja auch nochmal machen. Und ja, aber es ist mal wieder etwas ganz anderes. Eben, aber wenn, würde ich dann schon vorschlagen, probiert dieses Mal, weil da könnt ihr auch mit uns vergleichen und wirklich sagen, ja okay, da habt ihr recht gehabt oder nicht recht gehabt. Genau. Weil ich finde immer dieses Feedback gut, wenn einer sagt, jo, da habt ihr wirklich recht gehabt oder, ne, das war jetzt nicht so, dass ich habe schon viel lieber das gehabt. Manchmal finde ich es ein bisschen beängstigend, wie viel Zuspruch man da bekommt. Habt ihr recht, ja, das stimmt und so. Wenn ihr das anders seht, dann schreibt das auch ruhig, ne? Ja, ich denke mal, man meint es ehrlich, wer das schreibt, aber es ist schon faszinierend, welche Vielfalt an Biere es gibt und welche Reichhaltigkeit an Geschmacksnoten. Das ist wirklich so teilweise wirklich eine Geschmacksexplosion, wo ich sage, hm, okay, was ganz, was ganz Neues. Gut, dann noch was in eigener Sache und zwar habt ihr, ist jetzt für den einen oder anderen vielleicht eine schlechte Nachricht, aber ihr werdet uns demnächst noch ein bisschen öfters sehen als bisher. Bis dato ist ja einmal die Woche, jeden Donnerstag neue Folge, aber wir hatten gedacht, wir machen mal oder testen mal zwei neue Formate an, auch unter dem Namen Biervergleich, und zwar machen wir in unregelmäßigen Abständen, hängt halt einfach davon ab, wie neuer Input kommt, machen wir Bier-News oder Bier-Nachrichten, zum einen, wo wir einfach ganz kurz in drei, vier Sätzen sagen, was passiert gerade neu in der Bierwelt, ne? Was kommt gerade neu, was hat, sag ich jetzt, ne? Ja, wer kauft wen oder weiß der Geier was, ne? Und das andere wäre dann, dass wir der Biervergleich Neuvorstellung machen, und zwar, auch da kam die Idee aus einem Kommentar, oder ist aus einem Kommentar unter dem Video entstanden, einer schrieb, hier mach doch nochmal eine Folge über Krombacher, ein anderer schrieb dann, ja, hatten die schon, und ja, von daher war dann die Idee, es kommt halt immer so viel Neues, auch von Marken, die wir schon hatten, dass wir einfach auch da kurz und ohne nochmal auf die Geschichte einzugehen, weil wir die dann gegebenenfalls, oder weil wir die dann schon hatten, dann einfach sagen, hier, guck mal, das ist neu, wir testen das für euch mal an, dann wisst ihr, wie das schmeckt, bevor ihr es im Laden kauft, oder wo auch immer, und das dann wirklich aber auch, sowohl die Nachrichten, als auch die Neuvorstellungen, einfach so drei, vier, fünf Minuten folgen, und das in unregelmäßigen Abständen. Einfach mal so zur Info das eine, und das andere eben halt so nach dem Motto, es ist neu da, hier, guckt mal. Genau. Ja, damit ist so alles gesagt, ne? Ich denke auch. Also ich danke dir für dieses Single Malt Ale. Mhm. Das war sehr nice. Joaka. Das war eine geile Überraschung. Sehr schön. Danke. Bitte. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, hoch die Tassen. Genau, bis nächste Woche. Bis nächste Woche, und danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.